Oh, ist das mein Wagen? Hunger! Melone! Melone! Hi, LaFlo hast du gut geschlafen? Ich habe Hunger. Nö, ich habe geträumt von so jemanden, der will mich essen. Hungrigen Maus, die ganz viel Melone frisst. Naja, ist gut, ich suche mir was zu essen in der Küche. Wir haben bestimmt was. Ja, ich habe was für dich, ich habe was für dich. Wieso hast du schon wieder alles aufgegessen? Was ist das? Honigglasierte Karotten? Okay, hast du auch normale Karotten? Ich bin nicht so der Fan von honigglasierten Sachen. Oh Mann. Warte mal, guck mal, hier ist unser Keller. Warte mal, wie Ausrüstung. Warte, ist doch meine. Warte mal. Was? Nein, Spaß hier. Oh nein, ich habe sie aufgesetzt. Oder was ist das? Eine Karotte? Ja, das ist eine Karotte auf meinem Oberteil. Wieso? Hast du irgendwelche Fragen dazu? Hä? Oh, guck mal, ich habe ein Eisschwert. Was ist das? Warte mal. Warum sollte man das anziehen? Ich weiß es nicht. Warum müssen wir uns überhaupt anziehen? Meinst du, heute regnet es wieder oder was? Okay, nimm die Stelle alles raus. Oh mein Gott. So, zack. Keine Waffe. Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Okay, warte mal. So Leute, erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zu Heute wird es wahrscheinlich regnen. Ich bin gespannt, was heute vom Himmel fällt. Letzte Folge sind Babys runtergeregnet. Das war echt cute. Erinnerst du dich? Und heute regnet es Wasser. Heute auch. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unmöglich, Flo. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei weitem nicht. Okay, ich bin gespannt. Also, letztes Mal waren es, wie gesagt, Babys. Da hatten wir richtig Glück. Die waren nämlich voll nett. Und was wird heute runterkommen? Was schätzt du denn? Boah, wie groß dein Schwert einfach ist. Es sind Karotten, glaube ich. Warte, ich habe sogar Karotten dabei. Yeah. Okay, was denkst du, was es ist? Sag mal an. Ich denke, es sind Omas. Und Omas. Ja. Heute fallen Omas von mir. Kühe. Ich glaube, wir haben beide Unrecht. Hä? Nein. Warte, schießt das? Hä? Auf die Blitztur. Ja, doch, schießt. Die schießt auf uns. Warte. Junge, was hast du für ein nice Schwert? Yeah. Hä? Oha. Was hast du auf die geworfen? Äh, um ihn zu probieren. Eine von diesen Smoking Bombs, oder? Warte mal. Wir haben Propeller-Heads. Guck mal. Lol. Hä, richtig nice. Okay. Wenn wir noch mal ein fliegendes Vieh haben, können wir mit dem Propeller-Head das einfach... Da ist wieder was. Zieh mir die Brille an. Nein, Flo, guck mal. Es sind Guardians. Es sind doch Babys. Es sind doch Babys. Es sind doch Baby-Guardians. Oh nein, lass uns nicht treffen. Oh oh. Oh oh. Ja, ja, ja. Pass auf. Nein, pass auf. Die Abbaulehmung auf. Oh mein Gott, wie schnell der ist an Land. Was? Die Gäste sind richtig brutal. Echt? Die Kleinen sind doch schlimmer, oder was? Ja, ja, ja. Okay, warte, warte. Ich werfe eine Rauchbombe. Oh, ich kann nicht treffen. Die sind richtig schnell. Steilig. Ey, die haben irgendwie so spitze Dinger. Junge. Hilfe. Hilfe. Oh oh. Flo, schaffen wir das? Da ist meine Rauchbombe noch. Wie viel Leben haben die denn? Ey, das gibt's doch gar nicht. Warte, hier ist noch einer. Oh, ich hab den. Nice. Komm schon. Hilf mir. Vielleicht sollten wir uns mal zusammen auf einen stürzen. Warte, ich helfe dir. Was? Nein. Nein. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Nein. Na doch auf, du blöde Guardian. Das greifte dich wieder an. Die sind super stark und super schnell. Ey, du kommst da gar nicht. Okay, ich glaube, ich habe einen. Oh, ich habe alle. Haben wir es geschafft? Ey, wir haben die halbe Map mit zerlegt, glaube ich. Junge, ich habe Prismarinscheiben bekommen davon. Oh, und Bärenbusch. Lecker. Okay. Nein, da ist schon wieder ein Monster. Ja, ich wollte gerade sagen. Kommeln mir gefallen. Oh, oh. Was ist das diesmal, Flo? Meinst du, das ist nett? Jetzt geht er nicht so nah dran. Nein, nein. Der ist nicht nett. Der ist nicht nett. Der ist nicht nett. Der sieht nicht nett aus, oder? Warte, ich werfe auch eine. Benutz deine Upside-Down-Goggles. Goggles. Okay, jetzt ist es besser. Nein, nein. Ja, Upside-Down-Goggles. Jetzt schaffe ich das. Aha. Angriff. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich habe ein Problem. Er geht auf mich. Er geht auf mich. Nein, nein, nein. Okay, warte. Ich habe die Brille abgenommen. Das ist nicht so gut gewesen. Warte. Zack. Ich kann die von hinten angreifen vielleicht. Jetzt. Geschafft. Ich sage doch, die Upside-Down-Brille ist super. Okay, nächstes Mal werde ich sie nehmen. Ja, stimmt. Wahrscheinlich schon. Okay. Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Hallo? Ich sehe den Nächsten. Wo denn? Nein, das bin ich. Hallo? Was soll das? Hör doch mal auf damit. Warte mal. Irgendjemand isst was? Nein, ich bin eigentlich hier bei mir. Es ist ganz klein. Hä, was? Was ist das? Das ist ein Pilz. Hä? Was? Der ist ruhig stark. Pass auf. Das ist ein laufender, kleiner Babypilz, Flo. Der kann nicht böse sein. Hallo. Du da? Okay, dann red mal mit ihm. Hi. Geht's dir gut? Was machst du da? Hallo? Willst du Flo? Aua. Ja. Gott. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab's gemacht. Okay, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hast du ihn? Was war denn mit dem los? Der war ja super aggressiv. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Was zum... Oh oh, Flo. Okay, wir sind Ripper. Wir sind sowas von Ripper. Sind die Nahkampf? Nahkampf auf Gas. Okay, hier sind kleine Gas. Die können wir schnell erledigen. Warte. Yes. Okay, wir haben die kleinen. Ah, das ist doch so ein riesen Gas. Oh, der steht... Ach ne, das ist auch so ein kleiner. Komm schon. Mach Propeller. Stimmt, der Propeller hat. Warte. Wo ist der hin? Wo ist der Gas, der letzte? Ich glaub, es war der. Oder? Haben wir's geschafft? Ich glaube. Junge, die waren ja echt hyper aggressiv gerade. Vielleicht soll ich mal meinen Helm aufsetzen. Warte. Okay. Ich hab meinen Helm aufgesetzt. Bei mir ist alles gut. Okay. Wir sind safe. War's das Flo? Haben wir's geschafft? Ich glaub... 1, 6. Okay. Und was darf man bei dem nochmal nicht machen? Er schiebt der Mann. Wenn du ihn anschaust, dann hast du... Dann musst du hoffen, dass du eine gute Lebensversicherung hast. Okay. Also ich darf ihn nicht anschauen. Aber sonst ist er nett oder was? Ja. Ich glaub, der ist unzerstörbar. Also ich weiß nicht. Okay. Ich werd ihn einfach nicht angucken. Bestimmt. Dann ist er eigentlich friedlich. Warte mal. Warte mal. Flo. Ich glaub, der will uns was sagen. Was ist das? Warte. Mach mal den Kopf runter. Der kommt bestimmt gleich zu uns. Guck mal. Er ist da. Er läuft um uns. Okay. Warte. Guck auf den Boden. Sag, wenn ich Rauchball mache. Sorry. Okay. Ich guck ihn ganz kurz an, okay? Nur eine Sekunde, ja? Nein, 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 nein. So, nur ganz kurz, okay? Okay, ich hab... Er hat's nicht gemerkt, oder? Nein, er hat's gemerkt. Er hat's gemerkt! Nein! Warum greift er auf mich an? Nein! Warte, mach die Rauchbomben! Er kann uns nicht hinten in den Rauchbomben! Oh mein Gott! Wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg! Wir sind ins Haus, schnell! Kennst du den Weg? Nein, 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 nein. Komm, wir stecken uns im Haus. Ich bin im Haus, ich bin im Haus. Ah! Oh mein Gott, ich hoffe, ich finde es. Hier bin ich. Mach das Fenster auf! Nein! Mach das Fenster zu! Er ist von der Tür! Lauf Flo, lauf, 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 lauf! Wohin, wohin, wohin? Ich hab keine Ahnung! Mach das Fenster auf! Nein. Vielleicht kommt der ins Haus. Warte. Ich glaub, wir sollten raus hier. Ich bin mir nicht sicher, wo der ist. Komm mit am besten. Ich bin vorne raus. Warte, siehst du? Ich bin vorne vom Haus? Wo bist du? Ich auch. Ja! Hier bist du! Okay, okay, lass abhauen, okay? Okay, lass schnell abhauen. Der ist bestimmt noch schnell. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber okay. Lass einfach hier lang. Ich hab hier noch eine Rauchbombe. Nein! Lass hinter uns! Okay, okay, lauf, lauf, lauf um dein Leben! Nein! Hilfe! Oh, oh! Ich kann nicht sprinten! Oh, oh nein! Ich wurde angegriffen. Ach du Scheiße! Oh nein, der ist hinter mir! Ich weiß, dass er hinter mir ist. Ich kann ihn nicht sehen! Leute, das war's hier mit unserer Folge von Es regnet Monster in Minecraft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaut gerne bei Flo vorbei. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag! Flo, wo bist du? Und hasta la pasta! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020